So, 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 ja, jetzt ist es perfekt. Herzlich Willkommen in meinem neuen Büro! Ihr seht, dass ich einen leichten Umzug hingelegt habe, ein bisschen veränderte Situation, es ist nicht so, dass ich jetzt mein altes Büro komplett aufgegeben habe, aber ich habe noch ein zweites Büro hinzubekommen, sodass wir noch schneller, noch besser, noch flexibler im neuen Jahr vor allen Dingen für euch YouTube-Videos drehen können. Was war der Hintergrund? Na ja, der Hintergrund war, dass wir sonst nicht immer auf aktuelle Ereignisse sofort reagieren konnten, weil wir dann erst in meinem Büro das ganze Licht aufbauen mussten, die Kameras aufbauen mussten und ich hatte mir schon so lange gewünscht, dass ich ein Büro, noch mal ein extra Büro habe, wo ich sofort für euch drehen kann. Und das werdet ihr schon in den nächsten Tagen hier mitbekommen, dass es einige Videos noch gibt aus meinem alten Büro und einige Videos aus dem neuen Büro, was gleichzeitig auch so eine Art YouTube-Studio für uns jetzt geworden ist. Das ist wirklich ein Traum, den ich seit Jahren hatte und mir endlich erfüllen konnte. Und das will ich natürlich mit euch feiern und zwar 24 Tage lang. Das natürlich wiederum wie jedes Jahr im Rahmen eines Adventskalender-Gewinnspiels. Wie läuft dieses Adventskalender-Gewinnspiel nun wie jedes Jahr? Ihr werdet ab jetzt 24 Tage lang, 24 Tage lang in jedem meiner Videos einen Buchstaben sehen. Dieser Buchstabe, den werden wir so für ein, zwei Sekunden irgendwo in dem Video einblenden. Das heißt, ihr müsstet euch das Video dann schon ganz angucken, das ist ja der Sinn einer ganzen Geschichte, euch den Buchstaben notieren. Und dann habt ihr am Heiligen Abend, am 24. 24 Buchstaben vor euch und aus denen müsst ihr etwas machen. Ich sage nur eins, es ist ein juristischer Begriff. Auch das wieder wie jedes Jahr. Und den müsst ihr richtig zusammensetzen und uns per E-Mail senden. Die gesamten Gewinnspielbedingungen, die stehen hier direkt unter diesem Video. Ihr könnt den Begriff noch bis zum 31.12. dann an uns per E-Mail senden. Und die große Frage ist, was gibt es denn Tolles zu gewinnen? Nun, es gibt als dritten Preis ein Buch von mir. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, was für ein Buch ihr auch immer haben wollt. Da gibt es zum Beispiel Recht im Online-Marketing-Datenschutz. Kann sich derjenige aussuchen. Als zweiten Preis gibt es ebenfalls ein Buch. Und unsere niegelnagelneuen USB-Sticks, die wir als Werbegeschenke jetzt für euch parat haben. Also auch ganz, ganz coole Geschichte. Das sind so WBS-USB-Sticks. Muss ich die nächsten Videos mal einen mitbringen. Und als Hauptpreis gibt es, wenn ihr denn möchtet, natürlich das Buch, den USB-Stick. Und wie jedes Jahr, ein Video zusammen mit mir. Entweder kommt ihr selbst ins Video, falls ihr das möchtet. Dann kommt ihr nach Köln. Wir gehen zusammen Mittagessen. Das sponsere ich natürlich auch. Und ihr könnt mir dann so viele rechtliche Fragen stellen, wie ihr wollt. Was ihr schon immer mal wissen wolltet. Und das machen wir gemeinsam in einem Video. Oder ihr sendet mir einfach nur eure Fragen. Die werde ich dann ebenfalls in einem Video extra für euch beantworten. Das Buch und den USB-Stick gibt es selbstverständlich auch oben drauf. Also, ich würde mich freuen, wenn ich ein erstes Feedback zum neuen Studio bekommen würde. Wir haben es gemacht, um schneller für euch da zu sein. Wenn irgendwas Aktuelles ist, wollen wir darauf schneller reagieren. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bei unserem Adventskalender-Gewinnspiel mitmacht. Ab jetzt wird es in jedem Video bis zum 24.12. ein kleines Buchstäbchen geben. Und wenn ihr die Abo-Glocke gedrückt habt, dann werdet ihr auch jeden Tag daran erinnert, mal kurz reinzuschauen und zu schauen, Mann, was hat der Solmecke denn heute wieder für den Buchstaben rausgehauen. Den könnt ihr dann schön aufschreiben. Und am Ende, am 24.12. habt ihr das Lösungswort. Beziehungsweise zumindest alle Buchstaben für das Lösungswort. Das Lösungswort ist wirklich cool. Ich hätte nicht gedacht, dass das 24 Buchstaben hat. Aber es ist wirklich etwas, ich sage nur eins, darüber haben wir hier auch schon ein YouTube-Video gedreht. Das ist schon der erste Hinweis. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr unsere Fans seid. Wir sind auf dem Weg zu 300.000 Abos. Das ist wirklich eine starke Benchmark. Das hätte ich nie gedacht, dass wir das so rund um die Jahreswende 2018, 2019 packen könnten. Und wir wollen natürlich, das kann ich hier schon mal an der Stelle sagen, sage ich aber dann im neuen Jahr nochmal ausführlicher, euch auch im nächsten Jahr hier wieder mit tollen YouTube-Videos dann immer mehr aus diesem Studio und Büro raus versorgen. Ich danke euch an dieser Stelle schon mal fürs Zuschauen, wünsche euch eine wundervolle Adventszeit. Heute noch einen ganz tollen Tag, bleibt dran. Morgen sind wir hier mit dem nächsten Video zurück. Tschüss und bis dahin.